Alle Schulranzenmodelle von Step-by-Step begeistern nicht nur durch ihre unverwechselbaren hochwertigen Designs, sondern auch durch ihre optimale Passform, hohe Qualität und Sicherheit. Zudem wird großer Wert auf Klimaneutralität und Nachhaltigkeit gelegt. Erreicht wird das durch die Reduzierung oder noch besser die Vermeidung von CO2-Emissionen. Die jedoch unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch die Teilnahme an einem anerkannten Klimaschutzprojekt und die Unterstützung bei Erhalt des brasilianischen Regenwalds ausgeglichen. Die nachhaltigen Schulranzen werden zudem aus recycelten PET-Flaschen hergestellt und sind PFC-frei beschichtet. Aktuell gibt es von Step-by-Step vier Schulranzenmodelle, den Space, den 2&1+, den Shine und den Cloud. Bei allen vier Schulranzenmodellen sorgt der leicht zu bedienende Magnetverschluss für ein einfaches Öffnen und Schließen des Decklis. Sie besitzen das höhenverstellbare Easy-Pro-System, eine ergonomische, gut gepolsterte Rückenform und eine elastische, ultraleichte Fieberglas-Rückenkonstruktion. Diese schmiegt sich optimal an den Kinderrücken an. Für noch mehr Tragekomfort und Stabilität am Rücken sorgen der integrierte, höhenverstellbare Brustgurt, der gepolsterte, abnehmbare Hüftgurt und die Lage Verstellringe. Durch die feste Bodenwanne wird eine gute Standfestigkeit und Nässe-Schutz gewährleistet. Für den Transport der Brotseil sind alle Schulranzen mit einer isolierten Reißverschlussfront-Tasche ausgestattet. Die Front- und Seitentaschen sind mit Auslauflösen versehen und wachsen beim Befüllen nach außen. Mit den innovativen Magic Max können die Schulranzen-Modelle von Step-by-Step individuell gestaltet werden. Jedes der vier Modelle wird mit einem Magic Max Set ausgeliefert. Sie sind aber auch separat erhältlich. Zu jedem Step-by-Step Schulranzen-Modell gibt es einen passenden Neon-Fullover. Diese können zusätzlich befestigt werden und dienen mit ihren fluoreszierenden Flächen und reflektierenden Elementen für deutlich mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Auf alle Schulranzen gewährt Step-by-Step eine vierjährige Garantie. Der Space ist der geräumige Schulranzen von Step-by-Step. Dank zwei Gummilaschen im Deckel des Ranzens kann das Federmäppchen platzsparend verstaut werden. Er zeichnet sich außerdem durch einen bequemen und gut gepolsterten Tagegriff aus. Den Step-by-Step Space gibt es aktuell auch als e-Space mit einem elektrischen Hüftbruch sowie einer Step-by-Step Schleich und einer Neon-Ausführung. Der 2 in 1 Plus von Step-by-Step ist wie der Name schon sagt zwei in einem, nämlich Schulranzen und Schulrucksack. Mit dem 2 in 1 Plus muss man sich nicht mehr zwischen einem Schulrucksack und einem Schulranzen entscheiden. Dank vorne an den Seiten versteckten Verstärkungen verwandelt sich der Schulranzen mit wenigen Handgriffen in einen Rucksack. Nach dem Umbau dienen die Verstärkungen als Malschablone. Aktuell gibt es den 2 in 1 Plus auch in einer Reflekt-Ausführung mit einem besonderen Print, der leuchtet, wenn der Schulranzen im Dunkeln angestrahlt wird, sowie einer Spiegelgurkausführung. Der Cloud Schulranzen ist das Leichtgewicht von Step-by-Step. Mit seinen nur ca. 990 Gramm gehört er zu den leichtesten Schulranzen, die es auf dem heutigen Markt gibt. Wie der Step-by-Step-Space hat auch der Cloud zwei Gummilaschen für das Federmäppchen unter dem Deckel. Im Vergleich zu anderen Schulranzenmodellen von Step-by-Step, welche mit Reißverschlussseitentaschen ausgestattet sind, besitzt der Cloud offene Seitentaschen. Aktuell gibt es den Cloud in einer Ocean-Ausführung aus recycelten Meeresplastik sowie einer WWF-Ausführung aus Bio-Baumwolle mit Magic Maxx aus Ananas-Blattfasern. Ein Highlight ist zudem die diesjährige limitierte FC Bayern Sonder-Edition. Der Giant Schulranzen ist mit seiner schlanken und hohen Form optimal für größere Schulkinder geeignet. Er bietet 23 Liter Volumen und ist somit einer der geräumlichsten Schulranzen für Grundschulkinder. Gleichzeitig zählt er mit einem Gewicht von nur ca. 990 Gramm zu den leichtesten. Auch der Giant hat zwei Gummilaschen für das Federmärchen unter dem Deckel sowie zwei offene Seitentaschen für Getränkeflaschen oder einen Regenschirm. Nach unserer Meinung sind alle Schulranzenmodelle der Marke Step-by-Step perfekte Begleiter für die Grundschulkinder. Wenn du bereits eigene Erfahrungen mit einem der vorgestellten Schulranzenmodelle von Step-by-Step gemacht hast, dann würde ich mich über deine Kommentare sehr freuen. Danke fürs reinklicken und bis bald! Abonniere unseren Southwick Channel, wenn du es noch nicht getan hast und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du uns direkt in unserem Schulranzen-Onlineshop besuchen oder noch eines unserer Videos ansehen.